So Freunde, jetzt kommen wir zur ersten Spielrunde. Alex, kannst du mal die Spielrundenmusik einspielen? Ja, jetzt wird's lustig. Wir haben speziell für dieses Produkt eine eigene Spielshow entwickelt. Und zwar heißt das Spiel, die Antwort ist Wurst. Und wir werden jetzt einfach mal gucken, ob wir schon was an den Mann bringen. Wer möchte in der Spielrunde mal mitspielen, weil die Antwort ist Wurst. Ich kenne dich, du bist raus. Na, es muss jemand sein, den ich nicht kenne. Na, die Fragen sind, sag ich mal, lösbar. Es ist jetzt nicht zu schwer. Man kann's, äh... Vielleicht mal ein Angsthaus, du musst doch bitte nach hinten durchgeben. Einfach mal angucken, nach hinten durchgeben. Aber nicht essen. Es war eine fünfjährige Entwicklung, um dieses Produkt zu kreieren. Weil wir natürlich als Nachwuchsgeber den auch verzehren müssen. Und, äh, bei den ersten Versuchen war's für uns schwierig. Ein Wurst mit unserem Gesicht, das kriegst du nicht runter. Aber jetzt? Hat sich vorhin gestalt angenommen, ich soll zittert und das Bild wackelt. Wenn du dann zu Hause in das guckst, dann kriegst du eine Meise. Aber ich halte mal hier. So. Äh, aber das... Du solltest nach hinten durchgehen, wie ich die Zutaten lese. Die sind geheim, Mensch. So. Halte mal. Also, keiner, der die Spielrunde mitmachen will, ist groß zu gewinnen. Na? Leider traut sich. Doch, du? Doch, wir spielen bei der Runde. Also, das Spiel heißt, die Antwort ist Wurst. Wenn du die Frage richtig beantwortest, bekommst du diese herrliche Rock'n'Roller. Das ist die Mini Salami, die Rock, das geht ab wie eine Tube Westsense, meine. Wen habt ihr? Christine. Das ist doch schön. Bist du alleine hier? Nein. Wer ist noch mit? Anni. Anni ist auch noch mit. Anni, die Gülse. Also, ich hätte heute mit viel gerechnet, aber dass Anni mit ist, da drehe ich doch schon fast durch. Geht ab wie eine Tube Westsense. So, also, Christine, jetzt kommt eine Frage. Wenn du die richtig beantwortest, gewinnst du diese Wurst? Freust du dich? Wurst? Das war auch noch nicht die Frage, Christine. Du hast zwar das Prinzip verstanden, du hast das Prinzip verstanden, aber du hast schon geantwortet, bevor die Frage gestellt wurde. Aber du bekommst als großen Preis eine Wurst. Das ist nämlich die erste Frage, ich habe immer noch nicht losgebrochen. Wer möchte noch mal mitspielen? Wir müssen auch mal fertig werden, das ist hier ein ganz straff organisierter Zeitplan. Sonst haben wir sie gespielen, wie die Gaffel. Kommt weiter los. Nee, ich muss aber wenigstens eine müssen wir noch loswerden. Vier und halb Tonnen im ersten Set. Ich habe doch schon dreiein verteilt, Mensch. Das wäre doch schon. Wer hat mich nicht gemerkt? Wir machen noch ganz schnell eine ganz schnelle Wurst. Nur mal eine ganz schnelle Runde, weil du so schön filmst. Auf euch stehe ich den nächsten Satz. Alles hat ein Ende, nur die IH2. Wurst? Richtig Applaus. Dein Preis geht noch kaputt. So. Wir werden jetzt im Laufe des Nachmittags noch, ich glaube laut Ablauf, 34 solche Spielrunden machen. Das heißt, halten euch fit. Jetzt lassen wir erstmal die Sonne rein, obwohl das gar nicht sein muss.